Gibt es treue Prämien? Wir haben nachts nicht geboxt. Sie müssen ihr Auto reparieren. Ich sollte das jetzt besser beenden. Zum Glück wird morgen schönes Wetter erwartet. Zum Glück wird morgen schönes Wetter erwartet. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Sollte Fundraising normal sein? Sollte Fundraising normal sein? Wir dürfen nicht im Morgengrauen handeln. Wir dürfen nicht im Morgengrauen handeln. Wie ist das Wetter? Können Sie uns über den Fortschritt informieren? Können Sie uns über den Fortschritt informieren? Ich habe nicht viel Geld. Ich habe nicht viel Geld. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich an. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich an. Es kostete einen Arm und ein Bein. Es kostete einen Arm und ein Bein. Werde ich nicht jedes Jahr Soziologe? Werde ich nicht jedes Jahr Soziologe? Das Produktionsdesign ist einwandfrei. Waren meine Eltern Reporter? Waren meine Eltern Reporter? Darf ich sie etwas fragen? Darf ich sie etwas fragen? Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Sollte es nicht häufig erstellen. Sollte es nicht häufig erstellen. Wir konnten es nicht sofort entwerfen. Wir konnten es nicht sofort entwerfen. Er hat ein grünes Hemd. Er hat ein grünes Hemd. Nach dem Film gingen wir zum Abendessen. Nach dem Film gingen wir zum Abendessen. Erzwingen Sie es nicht. Erzwingen Sie es nicht. Er kaufte neue Schuhe. Er kaufte neue Schuhe. Kann ich meinen Salat auch ohne Zwiebeln haben? Kann ich meinen Salat auch ohne Zwiebeln haben? Würde er einen monatlichen Kredit aufnehmen? Würde er einen monatlichen Kredit aufnehmen? Sie veröffentlichen monatlich. Sie veröffentlichen monatlich. Ich bin nicht lockig. Ich bin nur neugierig. Ich bin nicht lockig. Ich bin nur neugierig. Samstags spielen Sie Fußball. Samstags spielen Sie Fußball. Er ist sehr talentiert im Gesang. Er ist sehr talentiert im Gesang. Wir prüfen weiterhin. Wir prüfen weiterhin. Ihr Mann ist das Kindermädchen. Ihr Mann ist das Kindermädchen. Unser Enkel ist Richter. Unser Enkel ist Richter. Ich kann für die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bürgen. Ich kann für die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bürgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind großartige Künstler. Sie sind großartige Künstler. Wie oft kommen Sie zu uns? Können Sie mir bei dieser Matheaufgabe helfen? Sie malen möglicherweise nicht immer. Sie malen möglicherweise nicht immer. Würdest du mit mir kommen? Würdest du mit mir kommen? Wann stehst du normalerweise auf? Wann stehst du normalerweise auf? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Kann ich vor dem Spiegel stehen? Kann ich vor dem Spiegel stehen? Sie werden nachts zaubern. Sie werden nachts zaubern. Könnte es nächstes Jahr nicht brennen? Könnte es nächstes Jahr nicht brennen? Werde ich nicht jeden Tag Hausbesitzer? Werde ich nicht jeden Tag Hausbesitzer? Samstags gehst du ins Einkaufszentrum. Samstags gehst du ins Einkaufszentrum. Er konnte seine Hausschlüssel nicht finden. Er konnte seine Hausschlüssel nicht finden. Dann ist es vielleicht nicht sprachlich. Dann ist es vielleicht nicht sprachlich. Mein Auto ist heute Morgen kaputt gegangen. Mein Auto ist heute Morgen kaputt gegangen. Können Sie mir sagen? Können Sie mir sagen? Kannst du dich nicht treffen? Kannst du dich nicht treffen? Ist mein Enkel Übersetzer? Ist mein Enkel Übersetzer? Erzähl mir mehr über deine Hobbys. Erzähl mir mehr über deine Hobbys. Bist du sofort zurückgekommen? Bist du sofort zurückgekommen? Ist sein Stiefbruder Bäcker? Ist sein Stiefbruder Bäcker? Du bist ein großartiger Elternteil. Du bist ein großartiger Elternteil. Schätzt gute Musik. Schätzt gute Musik. Meine Schwiegermutter war Glasärin. Meine Schwiegermutter war Glasärin. Er wäscht nicht immer Wäsche. Er wäscht nicht immer Wäsche. In der Garage steht ein Auto. Er konnte Gitarre spielen lernen. Er konnte Gitarre spielen lernen. Haben wir nicht unterrichtet? Haben wir nicht unterrichtet? Es war kein Aufstieg. Es war kein Aufstieg. War ihr Sohn Journalist? War ihr Sohn Journalist? Sein Enkel war Taucher. Sein Enkel war Taucher. Muss es immer ein Physiologe sein? Muss es immer ein Physiologe sein? Mein Haus ist kleiner als ihres. Mein Haus ist kleiner als ihres. Er würde messen. Er würde messen. Tragen Sie bei kaltem Wetter einen warmen Mantel. Tragen Sie bei kaltem Wetter einen warmen Mantel. Wessen Hut steht im Regal? Wessen Hut steht im Regal? Inspektor wird man nicht bei Sonnenuntergang. Inspektor wird man nicht bei Sonnenuntergang. War ihr Enkel ein Restler? War ihr Enkel ein Restler? Mein Stiefvater war Draper. Mein Stiefvater war Draper. Ich bringe dir eine warme Decke. Ich bringe dir eine warme Decke. Hat er nächstes Jahr gesprochen? Hat er nächstes Jahr gesprochen? Es wird spät. Es wird spät. Du bist ein toller Koch. Du bist ein toller Koch. Das Kino verfügt über bequeme Sitze. Das Kino verfügt über bequeme Sitze. Lass uns dieses Wochenende einkaufen gehen. Lass uns dieses Wochenende einkaufen gehen. Ich muss dir helfen. Ich muss dir helfen. Ich muss dir helfen. Ihre Frau ist Detektivin. Ihre Frau ist Detektivin. Ich habe ein paar Farben. Ich habe ein paar Farben. Könnten Sie mir bitte ein Handtuch bringen? Könnten Sie mir bitte ein Handtuch bringen? Wann lernst du jetzt? Wann lernst du jetzt? Könnten wir nicht schon seit 10 Jahren Urologen sein? Könnten wir nicht schon seit 10 Jahren Urologen sein? Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Sein Herz ist gut. Sein Herz ist gut. Außerhalb der Kampagne. Außerhalb der Kampagne. Mir ist nichts anderes aufgefallen. Mir ist nichts anderes aufgefallen. Ja, ich genieße einen guten Film. Ja, ich genieße einen guten Film. Danke für dein Feedback. Danke für dein Feedback. Wie mache ich? Wie mache ich? Was kann ich Ihnen bringen? Was kann ich Ihnen bringen? Ich verstehe Ihre Sorge. Ich verstehe Ihre Sorge. Ich muss für meine naturwissenschaftliche Prüfung am Donnerstag lernen. Ich muss für meine naturwissenschaftliche Prüfung am Donnerstag lernen. Haben Sie es schon einmal gezeichnet? Haben Sie es schon einmal gezeichnet? Willst du nicht hinschauen? Willst du nicht hinschauen? Ist mein Onkel ein Boxer? Ist mein Onkel ein Boxer? Wir sind einfach in den Betriebs haben. Ich curated Sie im Timkus zu. Willst du nicht? Ich dachte, ist dasливо, auch wenn man melissimo.